Schliess Yo Leute hier ist wieder euer Belumaster Yo Leute hier ist wieder euer Belumaster Und heute gehen wir diesen Lost Place hier Und schauen uns mal um Ich hab auch gehört es gibt nen Sicherheitsdienst hier Vielleicht kommt der, hoffen wir nicht, aber man weiß ja nie Das ist doch Transport Verwalt Anastasia Eing 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 Also auf jeden Fall, der Raum hier ist schon ziemlich kaputt, sage ich mal und das was haben wir, da so jemand einen Sicherungskasten klaut, der mal vorhin dahin nimmt, auf jeden Fall, Schaltplatte, Kabel hat sich jemand auch gewöhnt hier, lass mal in einen anderen Raum gehen, hier ist überall Wasser, wo kommt denn das Wasser rein, schauen wir das Licht an, aber wo, es kommt aus einer anderen Raum wahrscheinlich, es läuft wahrscheinlich dahinten dann rein, durchs Dach und dann hierher halt, lass mal ins erste Klassenzimmer gucken, was wir hier haben, komplett leergeräumt, verschiedene Tafeln, Schwanz, Bierbeutel und eine Fahrradlandung, worin man hierher kommt, da gucken wir mal Bilder, so Betriebszeiten von der Schule und die Regel Nummer 5, lass mal im nächsten Raum gehen, also wenn die Schalter versucht auszubauen, dann schauen wir genauer, schon mal ein bisschen, was wir noch hin? ... ... ... ... ... Das ist auch so ein Innenhof hier irgendwie. Ah, guck mal, wir haben das Fenster hier rausgenommen, sich zum Fenster fügen und auf den Boden zerleppert. Und hat die Tür aufgebrochen. Dafür die Tafel, auch komplett leer der Raum. Ich glaube die Kassen der Hause sind alle leer. Mal gucken, ob wir uns noch was finden hier drin. Nächste Prüfung 2017. Also um kurz mal zu sagen, das Gebäude steht seit letztem Jahr leer. Unser Land scheint abgerissen werden. Einstieg EWG. So ein Tageslichtprojektor oder so. Was ist das denn in der Küche, oder? Was ist denn das auf dem Kasten hier? So. Die Fickengelächerung. Vielleicht krieg ich es auch ziemlich leer geworden inzwischen. Jetzt muss ich ein Ort sehen hier. Da steht nämlich die Stadt drauf, wenn wir das Gebäude befinden. 666. Ich gebe die dann lieber raus aus dem Raum hier. Ich gebe mal nach oben. Ich gebe mal nach oben. Gucken wir mal, dass das hier noch geht. Die kommen komplett in ihrer Klasse rum einfach. Die ist ebenfalls zu. Genau, und die ist natürlich auch zurück. Nice. Also wieder zurück. Da ist die Mies-Tür. Oh mein Gott. Aber dann. Jimmy versucht es anzuzünden, ne? Wie man sieht. Ein Wettentend hier ist wohl nicht die U-Kernzeichen. Hebe-Fingule in der Draught dieses. Seit 2016. Aufräumen muss man erst, wenn das E-Land-Signal nicht mehr durchkommt. Da haben sie natürlich recht hier. Das wird schon von der Tür gelessen teilweise. Also. Auf zu. Ein erneuter leerer Raum. Hier ist ein Chemielabor. Das ist krass. Kommen wir gleich rein. Was haben wir denn hier drin? So Leute, jetzt einfach noch so eine originale Prüfungskarte von 1972, so wie es aussieht. Da haben sie noch irgendwie so Watteteile. Aber, an sich haben sie die Tische auch schon weggeräumt. Die Tische kommen dann. Vor allem haben wir eine Gesprächsnotiz von Eltern. Wir sprechen wahrscheinlich von. Am 8.2.2018. Oh, krass. Krass. Was? 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. Heute sind die Lasten der Spielen. Welche Fußball gerade? 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. So Leute, gehen wir wieder mal kurz nach oben. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken rein. Wir können ja auch ein Fußball spielen. Ich kann mal kurz ein bisschen lungern. Wie sieht man sie. Aber, in meinen nächsten Raum rein. Hier war anscheinend mal ein Technikraum. Was krasse ist, hier ist einfach nur Tafel original. So wie es nun aussieht. So wie es nun aussieht. So wie es nun aussieht. So wie eine Matheformel noch. Oh, dann guck mal hier sind Papiermodelle von irgendwelchen Äsern. So wie es nun aussieht. Das ist irgendwie Masakura. Irgendwie sowas wird das sein. Hier haben wir auch noch eine Tafel wahrscheinlich original denke ich mal. Das ist wahrscheinlich ein Krankensynaum, wie das aussieht, das Lattebett hier, da stehen hier noch ein paar Bücher rum, I can see you, and I'm watching you, oh shit. Und hier gehts einfach hoch aufs Dach, ist ein bisschen gefährlich jetzt aber ich guck mal. Liegen auf der Blätter, und es ist halt nicht mehr. Ich hoffe dann gehst du mal irgendwie weiter, aber ich geh mal nicht weiter, aber ich dachte erstmal, weil hier ist ziemlich staubig. Da hat jemand versucht die Führer zu brechen, aber ist nicht geschafft. Bei einem Namen hat wahrscheinlich Mietender das Glas kaputt gemacht hier. Man sieht hier wohl auch ein bisschen Handalete da hinten zum Beispiel. So, hier haben sie anscheinend auch die ganzen Sicherungen ausgebaut oder wurden geklaut oder was auch immer. das muss zensiert werden, da steht der exakte Name drauf. Wahrscheinlich eben die Hauptsicherung hier, aber die fehlt auch. Wir haben noch einen MWA-Raum gefunden. Hier ist ein Werkzeugverkoffer noch, an den Aquakritz. Guck mal, hier sind noch ganzen Säuren, das sind experimentiert da. hier sind so handgebaute Häuser aus Papier, in dieser Glashitrine drin. Dann legen wir mal wieder zurück. Hier liegt noch irgendwie so ein Druckkessel. Und hier sind noch so Hefte. Mit sogar Einträgen hier. 21.05.2014. Das ist super, so in den VR rum kommt man anscheinend nicht rein sogar. Hier liegt noch so Software-CDs rum. Sind das Videokassetten, ne? Das sind einfach Videokassetten. So, ab in den Keller. Werkraum 1. Was ist hier drin? Seht mitten, der Name der neue Schule. Natürlich auszinsieren. Wo seht ihr das noch? Ne, wäre auch zu schön. Maschinenraum, ach hier war der Maschinenraum. Aber da sind keine Maschinen. Aber der Raum hier wurde schon ziemlich zugerichtet hier. Überall Graffiti, Sachenvolle Decke, Lampen. Entfernt. Finster eingeschlagen. Und die 666 natürlich mal wieder wie oben. Wieder ein alter PC-Monitor. Der ist ganz, der ist zerleppert worden. Und richtig viel Zeug. Und Zeitungen auch. So, gehen wir mal in den Seitenraum hier rein. Hier sind sogar noch Materialien drin. Hier sind sogar noch Materialien drin. Und ein alter PC. Solarpunk mit Schaufelrad. Und sogar eine Batterie noch. Ich weiß nicht, ob es echt ist. Hier ist einfach ein eigenes Fotolabor. Von der Schule aus. Was gibt es in dem Raum hier noch? Alte Bilder einfach nur hier. Aber da ist auch leer hier, ne? Da hat wohl jemand den Off-White-Flair bekommen. Also Art, ein Anfangszeichen. Er, ein Anfangszeichen. Gold ist in meinem Mixtape. Stuhlkunst. Aber auch schon leer. Da kommen wir jetzt bis auf ein paar Farbeinnahmen. Da ist eigentlich das Zeug auf dem Boden rum. Im Materiallager. Da ist auch noch richtig viel Zeug drin. Aus dem Schaubild von dem Gasbringer. Da stimmt, hier war der Frosch drin. Er riecht übelst feucht. Da ist er. Da ist er am Frosch drin. Da ist auch noch einer größerer. Neben hier. Alter. Hier ist aber eine lebende Frösche. Hier ist noch einer gewesen irgendwo. Wo? Hey, da muss gleich passen sich nichts. Da ist nur ein ganz kleiner Gumpel. Da ist drei Frösche. Vier Frösche. Da hinten ist noch einer einfach. Ein ganz großer ist da hinten auch. Da ist noch ein paar. Warte mal. Warte mal. Oh ne. Fartige Neonröhren. Partykiller. Ja stimmt, jetzt sind auch Preise so. So nehmen wir mal durch diesen Gang hier durch. Da liegt einfach so ein komisches Baby irgendwie. Eben. What the fuck. So ein Babyfetus. Der liegt jetzt ziemlich niedrig hier. Und die Solaranlage hier auf dem Dach funktioniert einfach noch. Man sieht einfach. Warte, ich kann nicht was lesen kann. Da steht die aktuelle Uhrzeit mit aktuellem Datum einfach dran. Die ist noch angeschlossen hier am Telefonanschluss. Aber hier ist doch überall Wasser. Hier sind diese Wechselrichter von Solaranlage noch. Ich weiß, man sollte überall Wasser nicht auf elektrische Anlagen dran gehen. Da kannst du mal kurz das Licht halten. Ich mach's mal. Und drehen sich einfach noch die Stromzähler. Man sieht, ich komme ein bisschen an den Licht dran. Ja, man sieht bestimmt, die kriegen sich noch alle drei. Solaranlage. Was ist hier drin? Die Sicherung von allen, von allen zehn Wechselrichtern. Ich muss das nicht machen für Instagram. Hier ist ein Ausgangst inappropriate. Den müssen denn jetzt nicht mehr sein. Stromzähler. Ich kriege nichts mehr. Hier ist so ein Besen und so ein Ball, hier ist irgendwie nur so ein Lagerraum. Ja gut, gehen wir wieder raus hier. Kassel-Tumschrauber, was ist das? Kassel-Tumschrauber. Plattenspieler. Kassel-Tumschrauber. 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 Wir sind hier auch in der Werkstatt. Ja, das denke ich auch. Ja, hier hat hier überall jemand diese Paletten hingestellt, damit die Tür nicht zufällt. Hier ist einfach eine Atemschutzmaske. Und der Heizraum. Was ist das denn hier? Ein alter Drucker, so wie es aussieht. Wiege rustige oder unrustige Ordner einfach. Das ist ja richtig krass. Mit alten Dokumenten, wie gerade angerustet ist. Das Ding hat einiges an Wumms, wenn es mal voll war. Ich finde ja krass, dass hier noch Druck drauf ist, so. Oder? Ja. Hier sieht man es. Hier ist aber so ein Behindertenstuhl. Da vorne. Wie sind Sie da? Wie da ist es? Nichts. Nichts wahrscheinlich. Wie ist es? Ja. Wie ist es? 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 Ich glaube es war eine Schwimmhalle hier immer. Es ist ein Spinnbecken drunter gewesen. Hier ist unser Schrank. Musiksachen ist wahrscheinlich ein bisschen. Heute hat ja anscheinend jemand den Grill rausgeworfen aus dem Fenster. Er steht hier einfach vor dem Gebäude. Da hinten ist einfach jemand mit seinem Wort. Genau. Musiksachen 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 Aussehen sieht man die Glätte. Später Beel cioè getaan einfach. Wow. Wow. Hier sieht man mal wo bei Fußab du hier. Hat schön, wenn man versucht die Tür einzutreten, er hat es sich nicht geschafft. Musiksachen Musiksachen Bis zum nächsten Mal.